Willkommen liebe Leute zu einer neuen kreaturreichen Folge Creedfall. Ja, wir machen jetzt weiter mit der Mission von Angesicht zu Angesicht mit einem Dämon. Ich finde das Heiligtum, von dem Dairi Drey gesprochen hat. Und das soll irgendwo dort vorne sein und ich habe jetzt auch, bevor ich hier die Aufnahme gestartet habe, mal eben uns einfach mal noch was geholt bei einem Händler und zwar zum einen diesen Umhang. Der bietet uns nämlich noch ein kleines bisschen Rüstung und dann noch eine andere Schusswaffe, eine andere Pistole. Weil ich benutze ja oftmals die Pistole im Kampf und deswegen denke ich mal, das wäre ganz gut für mich. So. Von der Seite, Ortsheim. Ich muss sagen, dieses Gebiet sieht beunruhigend aus. Hey, wer sitzt denn da? Was für eine schwierige Partie wir hier haben. Wer sind Sie, um uns zu verabschieden, unsere Solitude zu verabschieden? Guten Tag. Wir... Du? Du bist auf Olmenaui und, gleichzeitig, Renekse. So ist es möglich, dass du dich auf deinem Abstand verabschieden hast? Wir sind hier, weil Teleme uns zu verabschieden. Sie denken, dass bestimmte Klanen ein Dämon verabschieden. An evil Kreatur. Wir haben unsere Verabschieden von Vedlog auf Chief Derdr in einem Versuch zu discoveren der Wahrheit. Und die Klüge haben uns zu finden, unsere Antworten in diesem Sanctuary. Derdr in der Zeit, Derdr in der Zeit, Derdr in der Zeit, Derdr in der Zeit, Dämon? Kurios. hier, und dann, sie verabschieden, all of a sudden. Do you know where, precisely? Es war ein langes Mal vor. Ich weiß nicht so gut. Meine Erinnerung hat mich verlassen. Aber es war nicht weit von hier. Du wirst es finden, ich bin sicher. Ah! Du hast die Erinnerungen zurückgebracht. Sie waren fast die gleichen Fragen du hast. Okay, danke für die paar Informationen. Hier waren das ja auch schon mal, Leute. Halt, warum habe ich denn jetzt hier mehrere Markierungen? Ach, weil das an mehreren Orten sein kann unser Ziel. Schätze ich mal. So, wir machen jetzt erstmal hier lang. Hier vorne haben wir die eine Markierung. Oh! Was haben wir denn hier? Ein Fresko in diversen gelberen Häusern. Es repräsentiert eine Art Insekt. Ein Fresko in diversen gelberen Häusern. Es repräsentiert eine Art Insekt. Hm, hier ist ein Insekt drauf. Dann gibt es wohl noch mehr davon, oder wie? Halt, hier liegt doch jemand. Rostiger Brückenallianz-Schlüssel. Und noch ein Brief. Finde die Notizen. Okay. Ja, und hier muss doch irgendwo bestimmt was sein wie eine Kiste oder so. Oder eine Tür. Wo wir den Schlüssel benutzen können. Irgendwo muss da doch jetzt hier auch was sein. Hier vorne. Dämonenritualtrank. Okay, wir kommen der Sache doch schon näher. Hier ist noch eine Kiste. Alles einfach mal mitnehmen. So, dort vorne haben wir noch so eine Markierung. Und dort hinten war auch noch mal was. Okay. Gehen wir jetzt erstmal hier links lang. Hier geht es auch rein. So, was haben wir hier? Hier können wir also nicht viel erkennen. Okay. Vielleicht liegt hier aber irgendwo noch mal was. Wer weiß. Okay. Was ist denn mit dem Weg? Ne, von hier kommen wir glaube ich da. Jetzt verwirrt mich hier absolut gerade das Gebiet. Weil das irgendwie an unseren Stellen hier sehr gleich aussieht. In dem Sumpf. Ja, aber hier sind wir auf jeden Fall noch nicht lang gegangen. Hier ist noch die andere Markierung. Mal sehen. So. Brauch hier? Und hier ist wieder ein Gemälde. A fresco. Es repräsentiert eine Wäste der Marsche. Ein roter Serpent. Okay. Befrage den alten Einsiedler. Gut. Wir müssen wieder zu dem Einsiedler zurück. Dann machen wir das mal. Mal sehen, was er uns dazu sagen kann. Und wenn ich das mir jetzt so an schaue, das Gebiet ist gar nicht mal so groß. Was willst du, strange stranger? Wir haben das Camp, das du sprachst. Na gut. Alles, was bleibt davon. Ich sagte dir. Du warst nicht der erste Renexe hier. Viele sterben. Was hat mit ihnen passiert? Ich zeige sie, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Sie waren nicht sehr gut. Sehr gut. Seine Wäste waren strange. Strange und Powerful. Aber nicht genug so. Die Marsche ist noch mehr Powerful. Das scheint dir nicht zu verraten. Teofradd gibt. Teofradd gibt. Teofradd gibt. Aber du bist noch hier. Was willst du wieder? Ich habe diese Note. Es spricht von einem Ritual. Aber es ist nicht komplett. Sie wissen nichts anderes über ihn? Ein Ritual? Ja, es ist ein Ritual für die Impatient. Für mich ist es kein Ziel. Ich bin hier. Ich warte. Aber für mich wäre es sinnvoll. Kannst du mir helfen? Es ist ein Ritual. Es muss sich die Ritual. Die Ritual. Die Ritual. Sie sehen die Rituals da? Sie wachsen die Erde. Sie wachsen die Erde. Sie wachsen die Erde. Sie wachsen die Erde. Oh, das ist nicht alles. Once die Erde wachsen, die Steine wird eröffnet. Die Steine wird eröffnet. Wachsen eine Steine? Aber du bist noch hier. Was willst du wieder? Wie spielst du die Ritual? Wie spielst du die Ritual? Oh, das ist einfach. Das ist nicht wirklich so klar. Oh, komm jetzt. Komm jetzt. Du musst erst machen die Steine rattle. Unless es erst ist der Insekt. Alas. Die Zeit verletzt alle Erinnerungen. Ich erinnere mich eine Sache. Ich höre. Die Rituale muss nur noch einmal gespielt werden. Und nur einmal. Aber du bist noch hier. Was willst du wieder? Quench eine Steine? Was bedeutet das? Wasser trinkt auf die Steine, und zurückgeht zu uns. Empoweriert durch seine Kraft. Aber manchmal, Wasser ist nicht genug. Diese Rituale ich habe, erklärt eine Recipe. Eine Potion, und gedacht, um die Essenz dieses Platz zu enthalten. Das ist das, was über die Steine geöffnet wird. Oh, ja. Keine Wahrheit. Keine Wahrheit. Keine Wahrheit. Aber du bist noch hier. Was willst du wieder? Schlage die Trommeln. Nichts. Ich werde dich alleine lassen. Okay. Die Trommeln also. Und gerade eben, ich meine ja auch, jeder darf nur einmal geschlagen werden. Halt, die Schlange hatten wir auf einem Bild gesehen. Dann ist es vielleicht so, dass man das in der Reihenfolge irgendwie machen soll. Mit den Dingern. Wie das steht. Hm. Obwohl. Hm. Wir nehmen einfach mal die Schlange als erstes. Dann kommt das. Und dann kommt das. Und dann kommt das. Ähm. Ja. Okay. Das war falsch. Da bin ich schon mal sicher. Okay. Dann haben die das bestimmt auch falsch gemacht. Also sind deswegen drauf gegangen, wie die hier waren. Schätze ich mal. Hm. Hm. Das als erstes. Dann das. Und dann das. Und dann das. Dann los. Weg mit dir. Zack. Ja. 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 Gut. Hm. In irgendeiner Reihenfolge muss es aber eh jetzt gehen. Schlange als erstes. Dann das. Dann das. Dann das. Dann das. Ich frage mich, wer das mal richtig ist. Vielleicht müssen wir uns einfach jedes Ding davon nochmal ansehen. Vielleicht ist da irgendwie nochmal ein Hinweis oder so. Kann ja sein. was denn? Hm. Wie könnte es denn richtig sein? Wenn ich das nur wüsste. hier. Wir schauen uns vielleicht einfach nochmal das Zeugs hier an. Vielleicht ist ja irgendwo nochmal dort ein Hinweis oder so. Hier ist die Schlange drauf. So. Moment mal. Die Schlange ist. Hier. Ganz. Rechts. Vielleicht. Die als letztes. Dass man ganz links. Das nimmt als erstes. Hier wissen wir nicht was das bedeuten soll. Und jetzt schauen wir nochmal das andere dort vorne uns an. Das war ja hier glaube ich. Ich habe eine Idee wie das sein könnte. Kann auch sein, dass ich hier gerade irgendwas labern. Das stimmt nicht. Aber ich habe so ein Gefühl. Okay und hier ist ein Insekt. Hier ist ein Insekt. So. Dann fangen wir an mit dem Insekt. Dann kommt das. Dann kommt das. Dann kommt das. Dann kommt das. Es stimmt. Das sieht aus wie so eine Art Tentakel. viel. Na super. Was ist Kampf. Jawohl. Das viel ist umgefallen. So. Alle man drauf. Zack. Sehr gut. Und nochmal. Oh. Das Teil macht doch gut Schaden. Da müssen wir aufpassen. Wir müssen hier auf jeden Fall aufpassen. so. So. Jawohl. Sehr gut. Erinnerungskristallmedaille und Obsidian haben wir jetzt. gut. Wir haben es geschafft. da war. Get out so dark. Mordoros! His hunt has begun! Calm down. We didn't have a choice. We were only defending ourselves. Siora, what is he talking about? Why is he so furious? And who is Enon Mil Frictaman? I believe he is furious because he knew the Nadai before she bonded. He mourns her in this way. It was a Donegad who received very much power and who traded herself completely. Are you saying that that creature was once a woman? Yes, like you and me. Anyone who draws upon the power of the earth becomes one of their faces in exchange. As for your other question, Enon Mil Frictaman means one of a thousand faces. It is a rather evocative name. What does it mean? A man? A myth? Enon Mil Frictaman. I doubt that you can understand. Put enough to think that this being wants us harmed. Perhaps it's the source of the Malachor. And why is that? Why would the source of your sickness come from here? I don't know, Siora. But didn't this man just say that this being would hunt us down? We need to learn more. Lüfte das Geheimnis der Kreatur. Okay. Gut, jetzt müssen wir erst mal hier wieder verschwinden. So wie es aussieht. Und wo ist der Mann eigentlich jetzt gerade hin? Der ist anscheinend jetzt weg. Naja, wir müssen jetzt erstmal hier wieder auf eine große Reise, so wie es aussieht. Wir schauen auch gleich mal wegen dem Zeug, was wir bei dem Wesen gerade bekommen haben. Was das genau ist. So, und wir müssen wieder zu diesem Dorf, so wie es aussieht, wo die Eingeborenen sind. So, dann schauen wir aber nochmal kurz hier davor hier rein. So, hier. Mist, wir brauchen aber eine Willenskraft 2. Das haben wir leider noch nicht. Willenskraft hatten wir ja noch kein einziges Mal hier verbessert, weil wir Magie nicht so benutzen oder so. Genauigkeit und so finde ich persönlich da erstmal noch wichtiger bei mir. Aber das wird auf jeden Fall auch mal noch dran kommen, weil den goldenen Gegend, da möchte ich auf jeden Fall an sich ganz gerne anlegen. Aber ich denke mal als nächstes nehmen wir wieder mal Stärke oder so. So. Hallo, wir sind zurück. So. 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 You could almost be a storm warrior. What do you seek? You set a trap for us. Invoking and releasing that creature. It is true. And the Nadaig is indeed one of the faces. A spirit of the oil. I was hoping that you would disappear. The swamps do not like to give back those who enter. You have seen things that no stranger to our clan has ever seen. Secrets that no one must know. But you survived. You are strong. I should not have taught you so weak. The ritual. This is how you prepare the blood sap. What are you talking about, Siora? No one knows the recipe. But it is the very balm that allows her warriors to enter into a trance. And to rise again when they have fallen. It is true. You do not know the ingredients, but you know now how the blessing works. I have nothing more to give you than my excuses. And that you keep to yourself all that you have seen. Anything more? I need to be going. Wow, well, I'm seg. Okay, the challenge we have been closed. Okay, well, level 15. Very nice. So. 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 aus der Grube, los. Wir schauen mal ganz kurz direkt wegen unserem Fähigkeitspunkt. Jetzt haben wir hier zwei Stück, jawohl. Das hier nehmen wir jetzt. Ermöglicht die Anwendung von alchemistischen Präparaten auf Waffen. Jawohl. Das wollte ich ja unbedingt haben. Hallo mein kleines Reh, gib mir dein Leder, oder auch nicht. So, und jetzt geht's auf jeden Fall wieder zurück, oder wo geht's jetzt hin? Finde das Expeditionslager der Gelehrten. Okay, dort geht's jetzt hin. Gut, dann schauen wir nochmal ganz kurz hier bei unserem Tagebuch rein. Ach, die Mission ist das jetzt hier. Gelehrte auf Expedition. Okidoki. Was haben wir denn dafür hin? Ach, bis hier hinter. Ach, du Schreck, ist das eine weite Reise. Puh. Na gut, so geht's halt immerhin etwas schneller. So, wir sollten dann eigentlich bald da sein. Hoffe ich mal. Das geht'sは jetzt nicht mehr, bis sie noch schneller. So, jetzt kommt. Dann kriege ich mal. Das ist nicht mehr. Das ist wahrscheinlich schnell. Das ist immer noch nicht mehr. okay karte moment okay das tal ist riesig dann gehen wir jetzt erstmal ein bisschen spazieren durch das tal würde ich meinen heiße quellen können wir da durchlaufen ich weiß es nicht gefährlich wäre das ding wo der schuss war sehr stark was nach hinten so wir plündern die noch kurz wir sollten vielleicht langsam wieder mal was verkaufen vor allem auch so von dem leder klar das brauchen wir auch zur herstellung von irgendwelchen stuff und so aber ich glaube da haben wir mittlerweile so viel da kann man schon ruhig mal ein bisschen was verkaufen oh nein das ist doch so ein großes teil ein boss gegner okay lass uns probieren uns um den zu kümmern da fliegt noch was und daher da ist das auch ein gift schätze ich mal das haben wir es mit auf die drauf gehen los erledigt noch unsere kameraden kameraden schießt bitte mit auf die gleich war es das sehr schön jawohl so was hat der hier wow goldenes zeug das goldene rüstungs ding hier ist schwächer als meins ok zumindest das handschuh teil ok das nehmen wir aber alles mit vor allem den schlüssel ich frage mich wo man denn hier braucht groschengardisten schlüssel wo man denn wo ich hier benutzen kann aber so bestimmt auf jeden fall für irgendwas was in der nähe ist so viel darf ich schon mal sicher sein denn sie braucht hilfe auf jeden fall so gut jetzt geht es hier weiter obwohl dieses lager hier ist ich glaube hier hin geht es nicht mal mehr weiter oder doch hier ist ein durchgang oder auch nicht das ist nur eine höhle na klasse jetzt tun wir uns irgendwie ein bisschen verlaufen in diesen sümpfen kann das sein hier geht es lang unmöglich zu erklimmen ok also hier kommt man nicht hoch müssen wir irgendwo anders einen weg finden um weiter zu kommen hier haben wir auf jeden fall jede menge gegner da oben ist eine kiste vielleicht brauchen wir die dann den schlüssel kann ganz gut sein mal sehen waren wir den nächsten level aufstieg auch wieder hier bekommen der dürfte auch gar nicht nicht mehr so weit entfernt sein zack hoch hier ab zur kiste lindern wir müssen gleich nochmal auf unsere karte kurz schauen ich glaube das könnte auf jeden fall jetzt der richtige weg hier sein das muss hier aber dann irgendwo nochmal mit ein bisschen nach links gehen auf jeden fall so weg mit dir mein komisches bärenartiges ding ja wir sind auf jeden fall viele feinde so in der umgebung und ich würde auch sagen leute wir machen jetzt erstmal hier schluss in der nächsten folge machen wir dann weiter mit dem expeditions lager und so das war es auf jeden fall leute das kann ein daumen nach oben da für mehr folgen creed fall und ja haut rein tschüssi hier